Ping-Pong! Bö-Bö-Ding! Mini-Pumper rettet den Tag! In der Feuerwache in Sonnigdorf wird heute viel geredet. Haha, ich lösche Feuer, die hoch oben sind. Deshalb bin ich toll! Wir löschen die großen Brände, deshalb sind wir toll! Ich rette Verletzte und bringe sie ins Krankenhaus. Ich bin so toll! Ich fliege hoch und lösche Waldbrände. Ich bin toll! Während alle Feuerwehrautos ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zeigen, scheut sich Mini-Pumper zurück. Es brennt in Sonnigdorf! Raus hier! Leiterwagen! Rette die Kaninchen, die da oben feststecken! Leiter bereit! Pumpe und Tanker! Sprüht das Feuer, bis es ausöst! Pumpe und Tanker bereit! Rettungswagen, schnell ausrücken und die Verbrennungen von Baby-Beer behandeln! Rettungswagen bereit! Feuerwehrcopter, flieg hoch und suche nach weiteren Bränden! Feuerwehrcopter bereit! Mini-Pumper! Hm, naja! Was kannst du tun? Äh, äh, ich? Ähm... Mini-Pumper ist erstaunt, als er sieht, wie schnell sich alle Feuerwehrfahrzeuge bewegen. Leiterwagen fährt seine Leiter mit großer Kraft und Präzision aus. Feuerwehrmann E. rettet die Kaninchenfamilie aus dem brennenden Gebäude. Und die besorgten Tiere des Dorfes jubeln, als die Kaninchen gerettet sind. Wow, das ist so cool! Ich wünschte, ich könnte das machen! Pumpe und Tankwagen arbeiten als Team. Zuerst schießt Pumpe Wasser aus seinem Schlauch. Während Tanker Pumpe weiter auffüllt. Wow, das ist so cool! Ich wünschte, ich könnte das machen! Rettungswagen behandelt die Verletzungen von Babybär. Wow, Rettungswagen ist so cool! Ich wünschte, ich könnte das machen! Am Ende dieser enge Gasse brennt es immer noch! Die Welpen sind in großer Gefahr! Jemand muss sie retten! Bitte! Die Gasse ist zu eng für alle Feuerwehrfahrzeuge. Was sollen wir tun? Oh, Mini-Pumpe, du schaffst es durch die Gasse! Du musst diese Welpen retten! Mö, ich? Äh, okay! Mini-Pumpe, bereit! Mini-Pumpe ist so aufgeregt über seinen ersten Job. Er bewegt sich zügig durch die enge, kurvige Straße. Schließlich kommt er bei den Welpen an. Auch wenn ich klein bin, bin ich doch sehr stark! Mini-Pumpe schießt Wasser aus seinem Schlauch. Und das Feuer verpufft im Handumdrehen. Ich habe euch! Seid ihr okay? Mini-Pumpe quetscht sich aus der Gasse. Und wird von den jubelnden Dorfbewohnern begrüßt. Hurra für Mini-Pumpe! Du hast so einen tollen Job gemacht! Du bist toll! Von diesem Tag an war Mini-Pumpe das beliebteste Feuerwehrauto. Hallo Leute! Gefällt euch unser Video? Vergisst nicht, uns zu abonnieren! Abonnieren! Sucht nach Pingfong auf YouTube! Ciao! Bis dann!